Die besten Animax-Serien zu einer neuen Sendezeit. Das ist euer neuer Vorabend. Immer montags bis freitags auf Animax. Geburtstag und Animax feiert mit. Sag mal, NaRu, kriegst du da auch so ne Gänsehaut? Ah, halt auf die Klappe! Die ersten 30 Episoden am Stück. Mondstein, flieg und sieg! Happy Birthday, Sailor Moon! Aha! Na, da können wir ja alle froh sein! Bis auf die Bösewichte! Seht die schönen Sailor-Kriegerinnen! Sailor Moon am 30. Juni auf Animax! Wie sehen wir uns an... ... 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